Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Durch den 1500-Auswärtssieg beim FC Erzgebirger Auer haben wir Schalke und seinem Aufstieg seiner zweiten Bundesliga eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Rückschlag auf den ersten direkten Aufstiegsplatz, sprich Platz 2, wurde auf 13er reduziert. Die Königsblauen sind bittendrin im Fight um die Bundesliga-Rückkehr. Top-Träger Simon Traude zeigt sich gewiss, dass die extreme Ausglichenheit in der zweiten Liga noch lange Bestand haben wird. Es geht nicht um zwei, drei Mannschaften, sondern um sechs, sieben oder acht. Jeder Spieltag ist wahnsinnig spannend, meinte der Go-Get am Dienstag rund um das Mannschaftstraining seines Teams. Neben dem vermeintlich größten Amem-Aufstiegskampf, dem aktuellen Tabellendritten Werder Bremen und dem fünften ASV, verweist Traude vor allem aber auch auf den neuen Spitzenreiter Darmstadt 98. Thorsten Lieberknecht ist ein Trainer-Fuchs. Als ich in Stuttgart war, hat der Braunschweig trainiert. Das war damals schon eine nette Konkurrenz, so der SL4-Star bei den Lilian-Coach, der Darmstadt von Platz 12 am 9. Spieltag jüngst in der Wellenspitze geführt hat. Für Schalkes 14-fachen Torschützen steht dabei außer Frage, dass er sein Team selbst im Wiederaufstieg schießen will. Wir haben ein Ziel. In der zweiten Liga sind nur die ersten drei Plätze interessant. Der 33-jährige Routinier zeigte sich erleichtert, dass er seine Wadenverletzungen aus dem Spätherbst letzten Jahres endlich ausgeritt hat und den Gelsenkirchener wieder vollend zur Verfügung steht. Das war eine sehr ärgerliche Verletzung, da ich mit der ledierten Wade schon ein paar Wochen umgelaufen war. Irgendwann hat mein Körper dann gesagt, du brauchst eine Pause, berichtete Terodde, der bislang in 16 Zeitligerspielen für Schalke eben auch seine 14 Buden gemacht hat. Mittlerweile sieht sich der Angreifer wieder bei voller Belastung angekommen und hoffen demnächst auch wieder auf Einsätze über die vollen 90 Minuten zuletzt. Wurde er dann auch wie gegen Aue ausgewechselt, was aber sicherlich auch mit dem Spielstand zu tun hatte. Somit warnt Terodde Schalke so ein bisschen auch nicht nur vor den großen Namen, sondern auch vor Darmstadt generell davor, dass die zweite Liga auch weiterhin so ausgerichtet bleibt. Und ich glaube, da können wir auch alle mitgehen. Eure Meinung zu Simon Terodde? Gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao! Und Glück auf an alle Schalker!